Wir haben schon mal was gemacht mit einem Eiswürfel... ...weiß das nicht? ...mit einer Glasmurmel... ...mit einem 50-Cent- oder mit einem 10-Cent-Stück... ...und mit einem Stein. Steine sind doch fest. Und auf deiner Kamera, da wo du auch Steine benutzt. Wenn ein Experiment ist, da braucht man Sachen. Kann man zum Beispiel Wasser in eine Schüssel tun. Das möchte ich auch mal machen. Dann nimmt man ein Parkmittel. Dann kann man Boote bauen. Da kann man nicht runterfallen. Nur unterrutschen. Du willst deinen Forschergeist entdecken? Werde Erzieher. Dein PME-Familien-Service.